Ihre Chefin, Sabine Barth, feiert in zwei Wochen ihren 60. Geburtstag. Sie hat sie zur Feier in ein Restaurant eingeladen. Dieses Restaurant kennen Sie gut. Leider können Sie nicht kommen. Sie schreiben ihr eine E-Mail. Schreiben Sie etwas zu den folgenden Punkten. Danke für die Einladung. Warum Sie nicht kommen können. Ihre Meinung zu dem Restaurant? Geschenk? Schreiben Sie 30 bis 40 Wörter. Schreiben Sie zu allen vier Punkten. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Beispiel Sehr geehrte Frau Barth, vielen Dank für die Einladung zur Geburtstagsfeier. Leider kann ich nicht kommen, weil meine Eltern aus Polen nur für ein paar Tage in Deutschland sind. Ich kenne das Restaurant, in dem Ihre Geburtstagsfeier stattfinden wird. Es gibt sehr gutes Essen und eine schöne Atmosphäre. Ich habe ein kleines Geschenk für Sie, das gebe ich unserer Kollegin mit. Ich hoffe Sie haben einen schönen Geburtstag. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Johanna Kirchner. Sehr geehrte Frau Barth, vielen Dank für die Einladung zur Geburtstagsfeier. Leider kann ich nicht kommen, weil meine Eltern aus Polen nur für ein paar Tage in Deutschland sind. Ich kenne das Restaurant, in dem Ihre Geburtstagsfeier stattfinden wird. Es gibt sehr gutes Essen und eine schöne Atmosphäre. Ich habe ein kleines Geschenk für Sie, das gebe ich unserer Kollegin mit. Ich hoffe Sie haben einen schönen Geburtstag. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Johanna Kirchner. Vielen Dank für's Zuschauen.